Hallo meine lieben Leute, ich wollte euch mal hier was zeigen und zwar hat jetzt zur Zeit Ariel so eine Werbung mit Waschpulver hier in so einem Teil drin und für eine so eine Waschladung gibt es so viel Plastikmüll. Einmal das, einmal das und dann ist nochmal so etwas aus Papier dabei, eine Beschreibung. Ich würde gerne wissen, Ariel, ob die schon mal dran gedacht haben, was die hier für ein Müll verursachen, ein Plastikmüll verursachen, weil, ja, man kriegt zur Zeit in der Stadt keine Plastiktüten mehr, weil man, wegen der Umwelt, aber Ariel, denke ich, ist es ganz egal. Es ist alles Plastik hier, Plastik, Plastik und nochmal eine Beschreibung für Müll. Ich finde das unverantwortlich von Ariel. Bis zum nächsten Mal.